Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu den Endergames. Das ist das Video um Vs und ich bin die Spinne und es geht gleich schon los, deswegen muss ich mich gerade beeilen mit dieser Anmoderation. Und wir holen uns Sachen. Nein. Fuck, wir haben nichts Gutes bekommen. Ne, haben wir wirklich nicht, nur ein bisschen Essen. Die Spinne kann jedenfalls schneller laufen. Sie hat am Land einen... Oh, auch im Wasser. Okay, sie ist also auch im Wasser schneller, wusste ich gar nicht. Ein Speed 1 Buff, das heißt sie ist schneller, dann kann sie noch alles hochklettern. Steile Wände und so. Und sie kann Spinnweben schießen. Cool, oder? Wenn man damit trifft, dann ist es auch toll. Mehr kann die gar nicht. Dieser Speed Buff finde ich sehr geil mit der Spinne, weil man dadurch dann halt schneller kombon kann. Oder besser kombon kann. Denn wer in Minecraft schneller ist, der kann halt schneller kombon. Ist nun mal so. Der, der die Schnelligkeit hat, gewinnt meistens. Und dazu haben wir diese schöne schwarze Mütze auf. Die sogar zu unserem Outfit passt. So, können wir uns sonst noch irgendwas machen? Wir können uns noch ein Brot craften. Ach, das war gar kein Brot, das war eine Kartoffel. Ah, okay. Ähm, und mehr können wir gar nicht machen. Wir haben ja noch einen Drang der Schnelligkeit. Der könnte uns eventuell noch was bringen. Der nächste Gegner ist da hinten. Wir nehmen einfach mal den Speed Block. Den Speed Block nehmen. Und laufen ganz schnell da hin. Äh. Da hinten. Wie komme ich denn da jetzt am besten hin? Okay, da kriegen sich zwei. Hi. Hast wohl nur ein Holzschwert, hä? Hast wohl nur ein Holzschwert, hä? Gib mir mal deine Ausrüstung. Guck mal, da ist GLP. Oh, wow. Ich bin gleich tot, wenn das so weiter geht. Ich nehme mal kurz einen Drang der Schnelligkeit, weil ich muss schnell mal reggen. Obwohl, hatte der irgendwas? Er hatte doch gar nichts. Also eigentlich? Nö. Er hat uns sogar gehealt. Ach, danke. Entschuldigung. Dann wollte ich dich nicht töten. Er hat uns extra gehealt. Okay, haben wir noch einen. Sehr schön. Äh. Okay, da will sich mit uns switchen. Hinter ihm ist einer. Den sieht er nicht mal. Der Arme. Äh. Wir ziehen mal hier kurz alles an. Was hat er da sonst noch? Pfeil und Bogen. Allerdings ohne Bogen. Und wir sollten vielleicht noch so ein Lava-Ding hier unten reinsetzen. Schup, 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 schup. Na, hast du Angst? Hast du Angst vor uns? Scheinbar nicht, aber er ist trotzdem tot. Was hat der denn so? Wow, okay. Diese Runde ist komisch. So, ich hoffe einfach, da kommt keiner. Ich hab grad ein bisschen Angst. Ne, der ist aber da drüben. Haben wir sogar unsere Spinnenweben einigermaßen gut eingesetzt. Haben wir zumindest den Weg abgeschnitten. Oh, da hört man bei. Und... Fuff, 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 fuff. Hm, wir haben sogar volle Leben. Wir könnten gleich in den nächsten Kampf reingehen. Und wir haben volle Ausrüstung. Obwohl, wir könnten auch eigentlich uns mal ein Crafting-Table craften. Ich hoffe, da kommt keiner. Ne, der ist ganz weit weg. Wir sind im Wasser. Oh nein, ich will nicht im Wasser sein. Wasser ist böse für die Spinne. Wir sind nämlich keine Wasserspinne. Diesmal nicht. Diesmal sind wir eine Landspinne, die auch an Land bleiben möchte, liebe Spiel. Und ich wollte mir etwas craften. Was können wir uns denn schönes craften? Können wir uns überhaupt irgendwas craften? Wir könnten uns was aus Gold craften. Eine Goldbrust. Die bringt zwar, glaube ich, überhaupt nichts. Aber sieht schöner aus. Sieht schon mal schöner aus. Dann noch ein bisschen Brot. Dann haben wir ganz viel Brot. Und da hinten ist ein Gegner. Haben wir Pfeile und Bogen? Ich glaube, doch haben wir sogar... Oh, wollen wir denn die Pfeile her? Ist ja chillig. Hier, nimm mein... Nimm das. Uah! So, wenn er im Wasser ist, dann können wir ihn ja eigentlich gut treffen mit Pfeil und Bogen. Theoretisch. Ja. Perfekt. Was hatte der so? Hatte der irgendwas Gutes dabei? Sieht nicht so aus. Aber wir nehmen die Kompasse. Die sammeln wir nämlich. Wir sind leidenschaftlicher Kompass-Sammler. Müsst ihr wissen. Also ich zumindest. Was ihr seid, weiß ich nicht. Ich bin das zumindest. Ähm, so. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Ah, dieser ganze Müll hier. Und wir haben immer noch kein Dierschwert. Hallo. Hallo. Ich bin eine Spinne. Bleibst du mal bitte stehen? Äh. Willst du verbrennen? Willst du nicht? Na gut, dann nehme ich das wieder mit. Wenn es genehm ist. Na los, komm her. Lol. Okay. Der hat ja kein Leben mehr. Und wir haben jetzt endlich unser Dierschwert. Das freut mich. Wir haben endlich unser Dierschwert da. Yay. Und wir haben ganz viel... Oh. Wir haben ganz schön viele Pfeile auch bekommen. Nice. Okay. Und wir könnten uns... Äh. Das hier bauen. Ein paar schöne Schuhe. Und wir könnten uns auch noch... Obwohl wahrscheinlich eine Hose besser... Oh. Eine Hose besser gewesen wäre. Eine. Äh. Eisenbrust bauen. So. Haben wir sonst noch was? Die können weg. Die verbrennen wir auch gleich mal. Da ist Eisen. Das nehmen wir. Eisen ist gut. Eisen ist gut. Drei Eisen. Mit drei Eisen können wir leider nicht allzu viel anfangen. Trank der Vergiftung. Ja. Kann man machen. Machen wir aber mal lieber nicht. Weil ich würde dran sterben, wenn ich das einsetze. Nächster Spieler ist richtig weit weg. Dann können wir hier erstmal noch ein bisschen looten. Haben wir eigentlich... Ne. Wir haben keine... Keine Äpfel. Drei Spieler leben nur noch. Okay. Diamant. Nehme ich gerne. Äh. Black... Ach und ich habe meinen Namen geändert. Ich heiße jetzt Desidious. Yay. So wie mein Kanal. Nicht mehr Warn der X. Schade um das der X. Aber immerhin. Jetzt habe ich endlich meinen Namen geändert. Wenn ihr das auch wollt, dann einfach auf mojang.com gehen. Und da dann irgendwie... Halt einloggen in euer Account. Und dann steht da, was für Spiele ihr habt von mojang. Und dann könnt ihr bei Minecraft neben dem Namen auf Change klicken. Und da dann einen neuen Namen eingeben. Allerdings müsst ihr da beachten, dass der noch nicht weg ist. Und mehr eigentlich nicht. Und man kann sich irgendwie alle 30 Tage seinen Namen ändern. Wenn ich es richtig mitbekommen habe. Hier ist ein Helm. Gib mir mal den Helm. Gib mir mal den Helm. Gib mir. Danke. So. War hier sonst noch was? Nix, was wir gebrauchen könnten. Allerdings möchte ich das gerne verbrennen. So. Okay. Was? So. Perfekt. Der kommt näher. Ist allerdings da drüben irgendwo. Das heißt, wir können hier noch in aller Ruhe looten. Vielleicht sollten wir mal auf einen Baum rauf. Ich gehe auf einen Baum rauf. Ich bin eine Spinne. Ich mag es im Baum. Vielleicht finden wir da oben ein paar Fliegen für mich. Kommt der näher? Der kommt nicht näher. Soll ich dann lieber ein paar Kisten noch sammeln? Wir bleiben auf jeden Fall erstmal auf den Bäumen drauf. Okay. Hier ist schon Schluss. Na gut. Dann gehen wir doch nicht. Dann gehen wir halt von den Bäumen runter. So. Wir haben ganz viel davon. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Obwohl, es leben auch nur noch drei Leute. Dann müssen wir eigentlich gar nicht mehr sortieren. Dann ist uns das auch egal. Ist da irgendwas Gutes drin? Nein. Wir bräuchten halt noch eine Hose. Haben wir? Ne, haben wir nicht. Okay. Eine Enderperle. Der Typ ist irgendwo da drüben. Oh Gott, sind wir langsam im Wasser. Boah. Ich bin es gewohnt als Hai im Wasser zu sein. Und der Hai ist halt schneller im Wasser. Boah, ich bin jetzt doch richtig langsam. Krass. Aber jeder andere ist ja dann auch langsam im Wasser. Okay. Gegner. Gummst du? Gummst du? Wo bist du? 80 Blöcke. Bewegt er sich nicht? Ist der irgendwo eingesperrt? Oder baut er eine Falle? Kann auch sein. Aber jetzt unser... Hä? Unser Schnelligkeits-Buff ist weg. Oh nein. Ist er wieder da? Ne. Wir haben unseren Schnelligkeits-Buff verloren. Weil wir ja einmal diesen Schnelligkeitstrank genommen haben, oder wie? Hä? Wir sind doch nicht... Oder geht das nur, wenn man selber noch... Wo ist der? Da ist der. Geht das nur, wenn man selber noch... Verbrenne! Okay, das hätte ich viel besser machen können. What the fuck? Stirb! Verbrenne! Verbrennst du? Verbrennst du bitte? Danke. Äh, nächster Spieler ist noch... Okay, weit weg. Äh, oh. Nein, da war eine Hose. Gib mir die Hose. Ich habe Angst vor den anderen... Nein, mein Bogen. Oh nein, jetzt habe ich richtig viel Angst. Okay, der andere Spieler ist aber noch... Okay, weit weg. So... Immer noch. Er kommt nicht näher. Gut, ich hätte gerne die Hose. Danke. Okay, so sind wir doch schon mal gut ausgerüstet. Nehmen noch... Wir sollten vielleicht auch essen. Der Typ ist da unten im Wasser. Ich hätte gerne meine Lava wieder. So. Okay, hallo, du Typ da hinten. Oh, ich habe meinen Bogen nicht mehr. So. Okay, was ist denn los mit den Leuten? Brenne! Toll, jetzt brenn ich oder was? Nein! Oh, wir haben doch noch gewonnen! Obwohl ich in der Lava stand und alles. Er hat uns sogar vergiftet. Oha. Cool. Mag ich. Und wir haben ganz viele Enderpillen. Das heißt, wir können uns wegschmeißen. Wui! Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Yay! Yay, gewonnen! Wuuu! Waren aber auch gut ausgerüstet. Und irgendwie haben wir richtig viele Leute am Anfang getötet. Das kenne ich gar nicht von mir, dass ich so viele Leute am Anfang töte. Aber okay. Ja, das war die Spinne. Ich mag die Spinne. Ich mag die Spinne sehr doll. Die Spinne ist bisher von den Kids, die ich habe, mein zweitlieblingskid. Hi ist halt mein Lieblingskid. Aber Hi aufzunehmen ist immer so ein bisschen langweilig. Vor allem so, wie ich den High spiele, ist das langweilig. Aber ja, da habt ihr noch kurz Steam gehört. Und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute, von Ender Games. Mit der kleinen süßen Spinne. Und würde mich freuen, wenn ihr noch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bei Ender Games oder ein Abonnier-Video. Bis zum nächsten Mal. Und... Warte. So. Tschüss.